So, wir sehen uns hier wieder. Huch, schnell nachladen. Entschuldigung. Ey, das ist leichter gesagt als getan. Neue Fähigkeit freischalten. Mach mal. Neue Fähigkeit freischalten. Neue Fähigkeit freischalten. Gen-Chong. Wir haben die Karte gebrochen. Der nächste Schuss? Der nächste Schuss? Die 200 Meter vorhanden. Das ist richtig. Wenn wir die Flaschen in der Barsch fahren, dann wird es mit der Barsch. Das ist das. Oh. Oh. There is two. That is two then. Oh. 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 Okay. 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 Ach. So, fahren wir schon wieder 2, okay. Tür öffnen. Ui. Rein, da geht's. Ah, das wird auch in Filmsequenzen. Vielleicht wenn ich meine Munition aufgefüllt habe. Ich weiß nicht, ob ich die nicht verstanden habe. Ich bin ein Geräusch. Möge! Ja Ähm Yo Okay. Soap. Soap. Farmen auf jeden Fall Steamer Folge. Soap. 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 Und jetzt kommt das Bosch-Wildschwein oder was? Ein richtig schönes Bosch-Wildschwein. Wird doch jetzt was ganz Geiles, oder? Okay, das ist kein Wildschwein. Oh, das war's. Soll ich dazu noch irgendwas sagen? Jetzt ist die Frage, was für eine Waffe nehmen wir jetzt hat? Oh, wow. Oh, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 joker und zuerst mal schauen was jetzt passiert ich bin ich bin gespannt oh nein nein was ist das denn ja wahrscheinlich ist das dein ernst ist ja nicht so dass ich schon ja 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 ich bin jetzt mit einem schönen aufgeladenen schlag getötet nein nicht anders als ich weiß wie es ausschaut scheiße ja 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 Ah 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 Oh Okay Ah Stop Bam Weg mit dir Ah 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 Polarlichter Das ist sehr cool Ah Ah Ich bin ja mal gespannt, wie die Spielzeit das Spiel eigentlich beinhaltet Ich weiß, dass wir jetzt in Akte 2 auf jeden Fall Wir haben die ersten beiden Akte, also Prolog und den ersten Akte fertig und das ist wahrscheinlich so Akte 2 Mal schauen wie viel es gibt Ich bin gespannt Ah Ah Oh, wir sehen mal einen Menschen Ah Ah Nicht immer nur Masken putzen, sondern ein anderes menschliches Gesicht Ah Das ist sehr cool Ah 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 Das ist sehr cool Ah Ach, ja, das macht doch Spaß. Ach, das Spiel hat was, finde ich. Ach, das war's. Oh, okay. So, da habe ich schon nachgeschüttet. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ach du scheiße. Stopp, geht rauf. Da hinten ist eine Statue, die müssen wir uns auf jeden Fall holen. Statue, Munition. Huch, zwölf Level haben wir. Was haben wir gemacht, damit wir zwölf Level haben? Alter, wir haben ein Auto. Wir haben ein Auto. Was haben wir? Das ist ein Auto. So was geht, da habt ihr vorhin, ist leichter gesagt, als getan. Kollege. Das war's für mich. Die Hälfte sind sehr複art. Geheimdienste Zeitung. Ah, das Ding mit Turbomodus? Nein, oder? Wir hängen jetzt an einem Flugzeug. Nein, wir kämpfen jetzt nicht auf dem Flugzeug. Was fällt euch ein? Oh, na dann. Oh. So. So. Fucken. Ähm. Wenn Konto aktiv ist, greifen wir nicht mit dem Sprung an, um in der Luft zu schweben. Ja, das schaffen wir ja andauernd. Ich dachte erst, dass das ein Spielbug, aber tatsächlich ist das auch schon gewollt. Die göttliche Urflut. Aua. Nein. Aua. 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 Wir haben 15 Punkte. Ich habe jetzt die Frage. Was ist denn eigentlich denn nichts für Checkpoint? Stop. Checkpoint, Checkpoint, wo bist du? Wo bist du? Laden. Ja. 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 ein Punkt. Ein Punkt. Okay. So, den nächsten Checkpoint zu den nächsten fünf Minuten war nicht ganz. Was fein ist. So, dann müssten wir jetzt doch am letzten Checkpoint-Territus spawnen. Ich hätte auch gesagt, mit dem Tod benden wir die Folge, ich muss bald in die Arbeit. Eigentlich wollte ich... So... So, dann geht's. 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 So. 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 Das war's für mich. Hey! Okay, ich würde jetzt mal sagen Wir benden hier die Folge und sehen uns bei Nächstem Mal, es haut rein, ciao, ciao